Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Julien Elisa und ich freue mich mega, dass ihr heute alle eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder meinen Freund dabei. Hallo, ich bin Ewek, ich bin auch dabei. Es haben sich wieder einige ein Video von uns beiden gewünscht und wo waren wir vor drei Wochen? Äh, Antalya. Genau. Und was haben wir da gemacht? Süßigkeiten geholt. Ganz, ganz viele. Ganz viele wollten nämlich ein Video, wie wir Süßigkeiten probieren und bevor Emeck aus diesem YouTube-Ding hier irgendwie rauskommt, habe ich gesagt, ich mache das hier nur nicht alleine, sondern mit ihm zusammen. Wir haben hier einmal Getränke. Zeig mal, was du da hast. Das ist das Wildeste. Und dann noch ganz viele andere Süßigkeiten. Uns ist auf jeden Fall aufgefallen, dass da fast nur Sachen mit Schokolade sind. Womit sollen wir beginnen? Sollen wir mit einem Getränk direkt beginnen? Das dann? Okay, zeig mal. Okay, wir beginnen mit diesem hier. Kennst du das? Ne, ne? Also, wir haben die Sachen alle aus so einem Urlaubsviertel geholt, deswegen keine Ahnung. Oh, das sieht aber richtig lecker aus. Soll ich abbeißen? Ja. Irgendwann ist es vergammelt. Oh mein Gott, mein weißes Bett. Oh mein Gott, das ist aber voll lecker. Was sagst du? Ich würde dem Ganzen eine 7 geben. Echt? Ich würde schon sagen, so eine gute 8 plus. Ich fand das voll lecker. Okay, dann lass uns hiermit weitermachen. Vorher nicht ein Getränk als erstes. Nein, komm, wir machen noch einen Schoki. Ich bin gespannt. Nach was schmeckt das? Kannst du das mit irgendwas Deutschem vergleichen? Oh, gar nicht. Das ist halt, glaube ich, eine Waffelsinne. Ne, mach du jetzt also. Echt? Okay. Ladies first. Ich mag so Sachen mit Waffeln nicht so. 10 von 10. Echt? Ja. Dann ess auf. Gleich. Was sollst du das hier machen? Das ist einfach Fused-Tee-Wassermelone. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Meinst du das als erstes oder ich? Mach du. Okay. Ich dachte, ich finde, es schmeckt gar nicht nach Wassermelone, oder? Auf jeden Fall, Melone nicht getroffen. Nee, das ist alles außer Melone, aber es schmeckt gut. So eine 7, doch so eine gute 7. Ja, man kann davon so ein, zwei Mal was trinken, aber danach nie wieder. Echt? Ja, sehr. Wolltest du das in Deutschland geben, würde ich mir das safe nochmal holen. Aber es schmeckt nicht nach Wassermelone, aber es ist voll lecker. Das bei einem Döner. Boah, ich muss jetzt mit einer Sache weitermachen. Wir haben einen Ausflug gemacht. Das ist bestimmt das gleiche wie das. Nee, nee, ich schwöre, das schmeckt anders. Und zwar waren wir auf so Bergen und da gab es dann so einen kleinen Kiosk, wo auch immer der herkam. Und dort gab es das hier. Das ist von Nesquik. So ein Schokoladenriegel. Es hat so gut geschmolzen, es ist ein bisschen geschmolzen, aber es hat so gut geschmeckt. Willst du als erstes? Nee, nee. Eine richtig geile 10 von 10. Oh mein Gott. Und das schmeckt nicht gleich. Du kannst nicht sagen, das ist nicht gleich. Besonders viel Schokolade. Ich würde sagen, wir machen hiermit weiter. Kennt ihr, heißt es Mikado? Ja, Mikado. Diese deutschen Schleppchen. Und als wir das gesehen haben, waren wir so, oha, das ist nämlich das gleiche, aber mit Kokos. Oha, das riecht da voll nach Kokos. Nee, Mann. Das ist voll weich irgendwie. Nee. Findest du nicht? Uah. Und das schmeckt nicht mal nach Schokolade. Ne, das ist nicht lecker. So ne. Wenn ihr braucht nur 2 von 10. Oh mein Gott, das ist so eklig. Lass uns so probieren. Zeigst du mir in die Kamera. Mach mal den Influencer-Move. Machen wir mal die Hand auch so vor. Okay, was ist das? Milka-Bonbons. Das sind safe, nur normale Smarties. So viele. 2. Normale Smarties. Das hier haben wir im Hotel bekommen, weil wir das unbedingt mal probieren sollten. Und es ist einfach, also ihr müsst wissen, die grüne Variante davon ist, glaube ich, Zitrone? Nee, was ist die grüne Variante? Ich weiß, die ist auf jeden Fall meine Favorite. Und jetzt haben wir hier, äh, das mit Zitrone. Ja. Ich finde das so süß, dass es so kleine Flaschen sind. Stellt euch vor, ihr geht so in die Schule, ihr habt die Flaschen dabei. Sauer. Zünd den Tornado. Nein, hier wird kein Tornado gemacht. Entzündet den Tornado. Aber ich würde da nur irgendwas beimischen, so Sprudelwässer oder so. Vor allen Dingen, das ist einfach still. Ich dachte, das ist so ein Sprudel. Nein, das ist voll geil. Das ist viel besser als das andere. Echt? Viel, viel, viel. Das ist schon das beste Getränk bis jetzt. Wir hatten ja nicht viel, aber besser als das andere auf jeden Fall. Boah, weißt du, dass es richtig eklig aussieht? Und deswegen probieren wir das jetzt. Ich mag keine Rosinen, ne? Wir probieren das jetzt. Ja, die steht mit Obst. Mit Obst. Hast du das nicht sogar in den Warenkopf gemacht? Ich habe alles genommen, was ich in Deutschland noch nie gesehen habe. Oh mein Gott, das ist nicht nach Hundefutter. Ich glaube, das ist Hundefutter, wir wissen das so nicht. Das ist, glaube ich, Schokolade. Ich glaube, das schmeckt nach Zitrone. Diesmal beißt du als erstes ab. Wir teilen einfach mal. Nein, du krümelst doch alles voll. Egal. Warum gibst du mir jetzt das große Stück? Okay, eins, zwei, drei. Boah. Boah, ne. Die Konsistenz ist erst weich und danach kommt da irgendwas Härteres oder so. Ich kann das gar nicht. Das sieht lecker aus. Hätten wir noch Ettypuff oder so. Ja, Mann, aber das kennen wir. Das gibt es überall in Deutschland. Das ist so meine lieblende Süßigkeiten. Aber ich glaube, das ist sogar so etwas Ähnliches. Das ist aber mit Kokos, irgendwas in der Mitte und Schokoladenkuchen. Oh mein Gott, das riecht voll gut. Ja, das wird auch wieder krümeln. Ich weiß noch, falls es davon gibt es dir dann noch. Boah, das sieht so lecker aus. Boah, ich gehe jetzt lieber. Lieben wir. Boah. Ich weiß es nicht. Ah, sieben von zehn. Ah, sieben von zehn. Sieben, acht von zehn. Wer das nicht kennt, hat einiges verpasst. Und wer das noch nicht probiert hat, der... Nee, Leute. Ich habe das nicht probiert, ne? Hast es noch nie probiert. Du hast letztes Mal eine Flasche aufgemacht. Wollte ich trinken, dann habe ich das vergessen. Oh mein Gott. Und da ist es einfach... Ähm... Viersich Red Bull. Viersich Red Bull. Du darfst als erstes. Doch. Das ist wild. Ist da Sprudel drin? Aber nicht so mal. Da geht. Der Nachgeschmack ist nicht so geil. Oder? Okay, sorry. Es war doch mit Sprudeln. Aber... Wir haben noch zwei Sachen. Lass das als letztes. Okay. Das hier sind... Wie heißt das? Skolata, keine Ahnung. Was ist das? Aber Kekse? Kekse. Oh nein. Die riechen nach Katzenfuscher. Also ich weiß auch nicht, wie es da an Sternen sind. Ja, du sollst an den Ort gehen, wo du schon immer geträumt hast. Weißt du, ich meine? Meine Lieben. Ja. Weißt du, nimmst du? Ich krieg bestimmt irgendwas wie... Was ist das? Ein Paketgeschenk. Kennst du diese Koala-Bären? Ja, genau danach schmecken die. Die schmecken genau danach. Ja. Erklär uns die letzte Süßigkeit, die du hast. Ich weiß noch, krass. Krass. Einfach krass. Kennst du das? Ich hab das noch nie probiert, aber die Verpackung ist wild. Das riecht nach Chemie. Ich will pink. Kennst du diese langen Stangen? Blau oder gelb? Oder pink? Blau. Kennst du diese langen Stangen? Wo so kleine, runde, äh, Dings-Kaugummis drin sind? Was, wovon du mal so eine ganze Verpackung hast, um die abgelaufen sind? Ach so, oh mein Gott, ja. Das riecht genau danach. Eins, zwei, drei. Da ist irgendwas Flüssiges drin. Schmeckt nach Energy Drink. Also die kommen auf jeden Fall nicht ins Auto. Nee. Das war's auf jeden Fall mit unserem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, zeig es mit einem Daumen nach oben. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wir gehen jetzt piknicken. Bis dann. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017